Wir wandern zum vierten Finger hoch. Okay, und jetzt spielen wir der Kuckuck und der Esel. Ja, das haben sie prima gelöst. Genau, das wäre. Das war schön, das können wir auch gleich nochmal machen. Dann fangen wir mit der A-Saite an. Prima, das war sehr schön. Da haben wir alle Jahre wieder gespielt. Fast zu Ostern, aber das macht ja nichts. Wir können auch zu Ostern alle Jahre wieder spielen. Machen wir gleich nochmal, das war sehr schön. Das war schön. Ja, das war schön.